Die Lage ist ernst. Die Delta-Variante verbreitet sich gerade rasend schnell aus. Jetzt kommt die erste harte Gegenmaßnahme. Einreisende aus Spanien, Zypern und den Niederlanden müssen einen negativen PCR-Test vorlegen. Wer keinen hat, wird gezwungen, ihn am Flughafen nachzuholen. Der G-Regeltest ist kostenlos. 1.450 Euro Strafe drohen für diejenigen, die sich weigern. Diese Maßnahme gilt jedoch nur für Direktflüge aus den drei Ländern. Wer also per Zug reist, ist nicht betroffen. Auch ausgenommen sind jene, die eine vollständige Impfung oder eine Genesung plus einer Impfung nachweisen können. Deutschland ist einen großen Schritt weitergegangen. Heimkehrer und Heimkehrerinnen aus Spanien und den Niederlanden müssen in Heimquarantäne und können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Ausgenommen sind geimpfte und genesene Personen. Üblicherweise übernimmt Österreich solche Maßnahmen mit ein wenig Verspätung auch. Offen bleibt, ob die Liste der Länder nicht schon bald erweitert werden muss.